Heute gibt es für euch The King 2.0 im Test. Die sind wie The King ungefähr, bloß noch mit einem Vorbrenner und aber auch gefühlt gleich laut. Wir haben einen Vorbrenner, die sind aber eigentlich nicht so gut, die sind genauso laut wie The King. Da lieber The King holen. Ist aber wieder 30 Meter geflogen, was The King vorher nicht ist, aber es kann auch daran liegen, je nachdem wie die sind.